Lassen Sie sich halt versichern. Wer von euch hat mich gekillt? Das war Goro. Nein, ich bin an Something World Killed da, Luca. Ja, weil jemand hat auf das Fass geballert. Aber ich war das nicht. Wir sind gerade beide am Fass vorbei. Ich habe 8 gehabt und du warst tot. Und dann habe ich mir den Abstabber geholt. Das kann mir ja nur Nils gewesen sein. Nein, war ich nicht. Ja, 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 Nils. Immer mehr Öztürkirchen mit unter 1000 Karma. Aber nee, der Punkt war Traitor. Du hast auch keine 1000 Karma. Ja, aber ich kann mich nicht selber abschießen, um dafür Minus Karma zu bekommen. Wer sagt das denn? Aber ich kann dich auch nicht abschießen und dafür Minus Karma zu bekommen. Ja, weil du Traitor warst. Ab, ey. Oh, Kotzer hier. Auf, ich hänge da Granate. Hallo, was soll das denn? Das ist alles Katze. Alter, ich habe drei Schaden genommen. Das gibt Krieg. Vendetta. Verfahler Vendetta. Da musst du mindestens fünf Schaden kriegen. Wow. Damit das wieder aufschauen. Vendetta, doppeltes Fass. Dann doppelte Lodge. Doppelte Lodge. Kapuze? Was? Nee, ist keine Kapuze. Kapuze schon wieder. Guck mal, nur Dalo und ich werden. Hier Kapuze, hier ist unser Gelob. Wir haben es alle anderen aus. Kapuze? Was? Hier hinten eine Lecke. Oh, unser Klub. Inzi, Inzi. Das war Nils. Lauft, Leute. Das war eine echte Inzi. Warte mal, Goro, geh weg. Okay, Goro schießt nicht auf Nils. Dann ist es Goro. Goro, Nils sind es. Ich habe sie angekündigt. Ich habe sie doch angekündigt. Hast du gar nicht. Ich habe nichts gehört. Warum schießt du dann überhaupt eine? Weil es kann. Einer muss einen angekündigt machen. Da kann es aber nicht viel, wenn es nur das ist. Oh. Wo ist es? Wo ist es? Goro hat mit 50 Schaden gemacht. Oder war es Nils? Wie viel Schaden? Er hat ihn gehauen. Ich habe das gesehen. Aber mit 50 Schaden. Bananenbombe von Vita Wolf. Oh shit, das war wirklich eine Bananenbombe. Lauft, Freunde. Ich sterbe, oh no. Dalu ist tot. Ich sterbe und. Oh, ein Diffi. Oh. Oh. Du es auch? Ja, klar. Komm, ey. So. Ah, wer ist denn der Letzte? Wieder. Was? Hast du eine Beweise dafür? Oh. Ja, nicht so, dass das angekündigt wurde. Bananenbombe von Vita Wolf. Aber das heißt, du hast gehört, was? Das war ja wirklich eine Bananenbombe. Von wem? Wir haben hier so eine geile Bananenbombe hier auf die Bananen zu werfen. Das ist einfach so cool. Vielleicht so ein Vita Gaming LP. Du weißt, was Vita so alles ist. Und dann hat er mich ja noch weggelackt, ey. Ja, das war schon mega lack, ey. Richtig geil. Richtig geil. Was ist los mit dem? Danach habe ich noch einen weggelackt. Ich weiß, ob er den was, Goro oder so. Irgendeiner wollte durch die Tür dahinten. Nee, das war ich. Ich bin an einer Bananen gestorben. Das war so cool. Irgendwann wollte durch die Tür und dann patsch weg. Fand ich gut. Gott, mein Bananagun. War mal selten. Hat er auch mal eine Runde geholt. Ja, ich bin richtig zufrieden. Einmal oder so. Ich liebe es, Tag, Job. Ja, hinter dir, Go. Wir hätten da geschossen. Ja, keine Ahnung. Ich war es nicht. Ja, hab ich gesehen. Du warst ja bei mir. Boro frei zum Abschluss. Ja, warte, dann sind wir ja safe. G&G wieder. Hallo, ich bin auch safe. Du, Goro will sich jetzt nur wieder auf meinen Lorbeeren ausruhen. B&G. Warum denn auf deinen Lorbeeren? Weil ich der Detective bin. Banana Raymer. Ist da einer tot? Nee, ich bin gar nichts. Die liegen überall Bananen. Ey, die Tür ist so richtig paranoid. Die Tür geht nicht auf. Die Tür geht nicht auf. Nee, die Tür geht nicht auf. Oh, dann bin ich eingesperrt hier. Was passiert jetzt drückend hier? Nix. Alter. Geht die Tür nicht mehr auf, Leute? Die Wände kommen jetzt gleich. Die Wände kommen gleich. Oh nein. Arsch. Ah, da spielt er auf. Nils hat er wieder Arsch genannt. Nee, wir sind zu dick wieder. Ja, ich gehe schon andersrum. Duty aiming. Ready. Au. Ich muss echt abnehmen. Ey, da hat jemand den Melon Launcher gehabt. Au. Den Melon Launcher? Geht wieder auf. Mörder. Ich glaube, es ist Kapuze, der es schon hört. Ja, ich bin runtergeflogen. Aber ich habe die Brüder mitgebracht. Ja, dann bin ich es. Was? Du bist... Hier ist eine... Da ist keine Leiche. Wieder. Oh, die Türen sind wieder zu. Oh. Dalu konnte sie trotzdem öffnen. Ey, Wiel hat gerade einen Insinger geworfen. Ich glaube, Wiel hat gerade einen Insinger auf mich geworfen. Nur bin ich gerade weggelaufen. Du darfst ihm 8 Schaden zufügen. Und auch ein good game. 8 Schaden darf ich. Da war der Dalu. Ich glaube echt, du hast gerade eine Insinger auf mich geworfen. Ne, habe ich tatsächlich nicht. Ja, das würde ich auch sagen, wenn ich Trader wäre. So ein Bananen, oder? Das ist wahrscheinlich eine Bananenbombe. Wie wollen wir die Sache jetzt regeln? Ach, Schaden. Ich würde sagen, äh, ich frage Jesus und dann... Ich frage Jesus und dann... War das gerade Goro? Nein, ich laufe da eine Brand hin mit Timing und... Zu Not sage ich deinen Namen, Junge. Ich kriege die... Es ist Nefi. Es ist Nefi. Ist er da oben? Nefi. Hüpfte da rum. Ey, in der roten Wand. Ja, genau. Quart ihn ab. Nefi. 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 Könnte auch ich sein. Du bist gut timing. Nicht, sagt er. Guck mal, wo ich bin, ey. Also Nefi war auf jeden Fall Trader. Und Good Gaming ist der andere. Ja, wo ist er denn? Da liegt ein Fisch. Baby. Beine gebrochen. Kapuze ist tot. Da, du lebst doch da hinten noch. Bist du das immer noch da hinten? Ich habe deinen Scheißschädel im Visier gehabt. Dallus tot, Grants. Musst du leider schneller sein, mein Freund. Grants? Ah! Scheiße, wie meint das jetzt? Nein! Ach, automatische Scheiße. Haben wir es geschafft? Ey, ich hatte die volle Aufmerksamkeit von allen anderen Innos. Und Good Gaming machte daraus nix, ey. Er hat auch noch mit drauf geschossen. Ich bin noch extra hingegangen und habe deswegen Kapuze getötet. Ich geh da nicht drauf. 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 Also... Ja, Grants ist recht. Du hast die meisten Punkte, Kapuze. Ja, ey. Ich bin auch die größte Gefahr. Ich weiß nicht. Ja, die meisten Punkte hat sowieso immer der der meisten Traitor wird. Die größte Gefahr für alle anderen, ey. Man muss das nicht von dir zu Gags und downvoten, ja? Die größte Gefahr ist eine true story. Warum kriegst du als Traitor Punkte? Wieso, dann habe ich ja einen guten Job gemacht. Als Detektiv kriegst du auch einen. Oh, dann fehlen mal Traitor. Ich finde das... Das Spiel erwartet doch, dass du als Innos stirbst. Wie willst du denn da gut Punkte machen? Er wollte mir alles schlechtreden. Und wenn ich Lotto-Sexer gewinne... Ja, ich glaube, wenn der Traitor... Lotto-Sexer im Lotto. Sechser im Lotto. Vorsicht, Nephi, da ist ein Fuss. Boah! Respekt, Goro. Haha, Nephi ist tot. Jetzt bin ich richtig sauer. Ich glaube, Grants hat einen Deadwinger angemacht. Ich kauf den Deadwinger nie. Wie? Das ist doch jetzt eine Aussage. Nisha, wofür? Ey! Dass du da hochkommst? Scheibe geht kaputt! Wolltest du gucken, dass ich hochkomme? Ah, das ist Neffi, Neffi, Neffi raus! Ich habe gesagt, lass es lieber! Wer war das? Nisha, bist der schon hoch? Dalu, was schmeißt du da? Was denn? Dalu schmeißt die Sachen nach uns. Ja, weil ich dachte, du bist da drin. Ey, Goro ist es! Goro ist es wirklich! Und wo? Wo? Weiß es jemand? Hier ist er! Hab ihn, hab ihn! Ich hab mit drauf geschossen! Ja, ja, ja! Habt er nicht! Habt er, Junge! Habt er! Ich steh doch hier oben, ihr Lümmel! Hier bei Vida, der sieht mich die ganze Zeit! Ne, vielleicht auch tut aber. Vida, ich seh dich! Wenn du abschießt, dann wissen die es, ne? Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist Vita oder Dalu. Ich würde eher Angst, dass du mich abschießt. Ne, würde ich nicht tun. Äh, äh, Kapuze, Vita, Dalu. Die Einzigen, die in die Frage kommen, das ist... Scheiße! Oh, Gott. Das macht er jetzt, das macht er, damit wir denken, dass er tot ist. Okay, dann ist es Dalu, ja, Dalu ist es. Vita ist einfach... Das würde ich... Vita, das warst nicht du gerade, oder? Ne! Okay, gut, okay, gut. Das ist immer noch Dalu, der... Jaja, dann hol ihn! Dahinten ist er! Dahinten! Bin ja schon drauf! Jaja, warte, 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 wieder! Ich komme, ich komme! Mein Boy! Au! Scheiße! Was ist mein Frosch? Au! Au! Soll das ein Frosch? Herr Lich, warte, Schildkröte, kein Frosch. Was ist das für ein Ding? Ne Schildkröte! Die hüpft rum, die greift einen an. Ja, die greift einen an. Ja, ich hab die, ich hab euch da in diese Kammer eingeschwillt und dann die Turtle da reingeworfen. Ist das ein Item? Nein! Nein! Das kannst du als Trader kaufen. Habe ich gefunden! Ja! Habe ich gefunden! Nein, nein, ich dachte, ich könnt ihr auch von der Website annehmen was. Ja, ja, die kam, aber erst nach 28 Runden zum Vorschein. Mif, ich wächst erst noch an. Mif, ich weckste erst noch an. Mif, ich weckste erst noch an. Mif, ich wachst, er ist doch an. Weil ich nachladen musste. Ja, ja, ja. Wollt, hast du nicht gesehen, dass das so eine Turtle flog? Dalu, kann wirft damit Sachen. Das ist ja die Einzige. Ja, das ist ja die Einzige. Ich kenn die Sachen. Ja, das war eine Schildkröte, die ich in die Hand hatte. Dalu wirft mit Sachen. Der wirft damit irgendwas. Ich geb keine einzigen Schlückwürte auf der Map, aber... Boah! Alter, ich hab noch ein Leben, dich verzieht. Ich hab das nicht gemacht. Den verprügel ich jetzt. Alter, ich schüss doch nicht selber auf das Ding. Ich wollte das nicht. Tut mir leid, Dalu. Es tut mir echt leid. Ey, Vita ist es! Du hast doch gerade geschossen. Habe ihn gekillt, habe ihn gekillt. Haben wir gut gemacht. Dann ist Vita ja safe. Ja, Dalu ist tot. Der hat reingeschossen auf Dalu. Das hat man gesehen, deswegen hab ich auf ihn drauf geschossen. Probierst du dich runterzudrängen? Nefi, 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 Nefi. Nein, ich trottel. Nein, Kapuze hat gerade einen Trailer umgebaut. Also Kapuze und Vita sind safe. Kapuze und Vita sind safe. Ja, also Nefi und Good Gaming. Der hat sich vorhin am Anfang halt selbst gekannt. Das kann ich nicht gewesen sein, Mann. Ja, also der Enno kann den anderen halt umbringen. Ja, die Gaming sind dann halt. Weit! Ja, wer hat den Kleiner halt? Was ist das? Ich glaube, Gretz hat da was gesehen. Ich glaube ja, dass es Good Gaming ist. Und was mit Kapuze? Ich hab doch Dings gekillt. Oh Gott! Es ist Good Gaming. Ich wurde gerade angeschossen. Du hast gerade nichts von mir. Nee. Kapuze ist da hinten. Wo, wo, wo? Nein! Sorry Nils, ey. Ja, ich trottel hab aber auch Stamin abgekauft. Ja, hab ich dann gesehen. So, du trinkst was. Ich so, hä, seine Apfel geht nicht hoch. Aber dafür rennt der schnell. Ich wollte die Runde einfach schnell beenden, weil ich hab Nils auf einen runtergeballert. Ey, das war... Ach Gott, du warst das. Ja, ich hab da eine Falle aufgebaut und hab gesehen, geil, da ist einer. Und er schießt erstmal mit Gaming ab. Und Gaming stirbt, ich krieg gar keinen Schaden. Ein Leben hatte ich noch. Ich hab das nicht so schnell gerafft. Dann hab ich mir noch extra, weil ich ja fast tot wäre, eine M gekauft. Und dann stirbt sie. Dann stand ich da mit einem Leben mit so einer scheiß Granat. Oh, das war gut. Und noch ein M gekauft. Ey, meine Vokalen... Ich möchte ein M kaufen und möchte lösen. Bockwurst. Das war Botzer. Okay, jetzt knall ich Good Gaming. Kann ich auch. Ohhhh! Ohhhh! Shots were fired! War ich nicht! Nein, da war ein Fass wieder, ja. Ja, ich dachte, das wär... Ich hab ja das G gesehen und ich dachte, das wär greffig sein. Ah, Good Gaming ist auch schon wieder fast tot. Ja, weil... Ja, weil Nils das war. Oh! Halt! Ey, Kapuze! Was hast du da? Was? Nix! Was hast du da in der Hand? Ich hab... Komm jetzt nicht. Wer ist denn jetzt hier gestorben? Ich hab nix. Ja, nix. Okay, hier. Scroll mal durch. Ah, Vita Wolf! Ohhhh! Und Gaming, ey! Hat die alle umgebracht. Ich hab Vita Wolf getötet. Und Gaming. Das war Selbstmord. Das war doch Selbstmord, ey! Ey, halt! Alle sind tot. Ja, Nephi und Dalu können sich durieren. Kapuze! Ja, was ist mit Kapuze? Der ist Hilfssheriff. Der ist dann... Ich bin safe. Den müsst ihr erstmal jetzt ausrufen wollen. Warum nicht der ist der Hilfssheriff? Sag mal bitte. Weil ich Hilfssheriff... Ne, einfach nur... Alter, hau ab, ey! Was ich beworben hatte. Ich mach dich, Junge. Das war die einzige Bewerbung, die ich auf dem Tisch liegen hatte. Ich sah erstmal Kapuze ab. Jetzt ehrlich? Warum? Hey, Erste Hilfssheriff! Hallo. Ich mach dich, Junge. Ich mach dich. Ich mach dich. Ja, du bist es doch. Hey, hey, hey. Ich bin's doch nicht, Junge. Ja, er ist es doch, oder? Du ein Garter. Es muss Nephi oder er sein. Ja, er schießt! Ey, er hat doch auf mich geschossen! Schieß mich ab, Kapuze! Ich spring jetzt grad runter, so! Töte! 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 Alle still. Ah, Kapuze! Du Hund! Leute, ey! Oh, wie er sich freut. Hättest du nur eine Sekunde durchhalten müssen. Bis dann, Leute! Tschüss! 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 Tschüss!